Hallo YouTube! Willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo, nämlich will ich einen zweiten Wochentag einführen. Wir machen den Discord-Dienstag, wollte ich einführen, und zwar gleich morgen, nächster Dienstag, heute ist Montag, wenn ihr das Video an dem Tag seht, wo ich es uploade. Ansonsten jeden Dienstag 19 Uhr auf meinem Kanal, wir zocken Mario Kart erstes Mal. Ihr kommt in den Discord, wir können miteinander quatschen. Wir gehen um 19 Uhr los. Aber ich warn euch, alles was ihr sagt, wird im Internet live übertragen und wird anschließend hochgeladen. Denkt, bevor ihr redet. Fuck!